Mario! Was ist, Ma? Gehst du etwa raus, Kleiner? Ja, ich rette die Prinzessin, Ma. Sei doch bitte so lieb und nimm deinen Bruder Luigi mit. Ach, komm schon, Ma. Er ist doch noch ein Baby. Er ist kein Baby. Vielleicht kann er dir helfen, auch den großen Drachen zu besiegen. Sein Name ist Bowser, Ma. Du weißt überhaupt nicht, was ich mache. Du kapierst es nicht. Ich weiß nicht, worin das Problem liegt. Er möchte doch auch nur die Prinzessin retten. Er ist ein totaler Idiot, Ma. Jeder macht sich lustig über ihn. Mario, du weißt ganz genau, dass ich diese Sprache nicht in meinem Haus haben möchte. Es interessiert mich nicht, wie viele Prinzessinnen du schon gerettet hast. Ich bin immer noch deine Mutter. Komm schon, Luigi. Ja, ich komme mit auf einen Abend an, ja. Erzählst du mal, dass ich rauche? Nein, Mario, ich werde es dir nicht erzählen. Ja, besser nicht, sonst trete ich dir in den Arsch. Was auch immer, sei einfach still. Hier kommen die Leute. Hey. Hey. Wieso ist er hier? Weil meine Mom ein totaler Idiot ist. Naja, sie ist halt eine Frau. Ich sollte eigentlich heute Pichu Bowser retten, aber irgendwie habe ich heute keine Lust drauf. Wollen wir zu mir nach Hause und den Pool benutzen? Ah, das haben wir vorgestern gemacht. Sollen wir mit Cody rumhängen? Oh, Cody ist ein Stück Scheiße. Ich hasse diesen Typen. Kommt schon, Leute. Ich will heute nicht nur rumstehen. Ich will etwas machen. Hey, wollt ihr etwas richtig Witziges sehen? Ich sag's dir, Kleiner. Die Prinzessin ist da unten. Du musst in die Grube springen, um sie zu retten. Bist du dir bei dieser Sache wirklich sicher, Mario? Und weißt du was noch? Sie sagte mir, dass sie wirklich mit dir mal ausgehen will. Au, Junge. Halte durch, Prinzessin. Hier kommt der Luigi. Die Sonne möchte dein Freund sein. Wenn sie runterkommt, gib ihr einen High Five. Keine Sorge, Junge. Die Lilannen sind die Besten. Sie geben dir Superkräfte. Sie geben dir Superkräfte. Sie geben dir Superkräfte. Die Prinzessin ist definitiv hinter dieser Tür. Okay, Kleiner, die Prinzessin ist definitiv hinter dieser Tür. Okay, Kleiner, die Prinzessin ist definitiv hinter dieser Tür. Versprichst du das, Mario? Luigi, bitte können diese Augen etwa lügen? Mario, mir ist ein kleiner Unfall passiert. Oh, Junge, hast du dir etwa in die Hosen gepisst? Du Vollidiot. Okay, Leute, dann nehme ich das Baby mal mit nach Hause, damit Ma ihm neue Windeln wechseln kann. Und schon wieder ein ruinierter Tag von meinem kleinen und nervigen Bruder. Das war lustig, dieser Typ ist einfach nur ein Versager. Also, was denkst du, Kleiner? Möchtest du dich abgeben? Oh, okay. Mach A, großer Junge. Oh, okay. Okay, Leider... All right. Untertitelung des ZDF, 2020 Zum ersten Mal, Ma. Ich weiß nicht, wo der Kleine ist. Aber wo war er zuletzt? Sollte ich schon wieder die Polizei anrufen? Aber ich will die Polizei damit auch nicht belasten. Ma, wo immer auch der Kleine ist, ich bin sicher, ihm geht's gut. Oh, das ist alles meine Schuld. Er ist so ein sensibler Junge. Ich hätte ihm ein Smartphone kaufen sollen. Ja, das hätte ich. Hey, Ma, weißt du, was dich aufmuntert? Au, Ma. War das zu viel verlangt, einen Bruder mit nach Hause zu nehmen? Verdammt nochmal, Mario, er kann nicht auf sich selber aufpassen. Er ist doch nur 34. Hey, jemand hat ihn auf den Rasen geschmissen. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich er. Luigi, Luigi, bist du das? Ah, verdammt nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.